So, jetzt mache ich es mal wie der Olli, der ja immer aus dem Auto postet. Jetzt ist da aber eine Person, die ich gar nicht kenne, im Hintergrund gewesen. Das war reiner Zufall, aber das war keine Absicht. Der parkt hier nebendran. Ich stehe hier auf dem Adolf-Fiedler-Platz. Wer hätte es gedacht, dass der Reppenhaken am 25. April 2022 in Herrenberg auf dem Adolf-Fiedler-Platz stehen würde. Aber es hat einen ganz einfachen Grund. Hier gibt es das beste Eis im ganzen Landkreis Böblingen. Das ist ja interessant und das habe ich jetzt verzehrt. Weil das ist mir wichtig, dass man hier auch ein bisschen Lebensqualität sich gönnt. Aber irgendwie mit dem Handy hier, das ist nicht so wie beim Olli. Der hat irgendwie eine Profi-Halterung. Und einen Witz kann ich auch nicht erzählen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.